Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportblog. Ich bin heute in Berlin am Prenzlauer Berg hier unterwegs. Ich laufe hier gerade unter der Bahn entlang und ich werde mich gleich nach hinten holen. Hier am Prenzlauer Berg gibt es wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viele schöne Orte zum Laufen. Deswegen habe ich heute hier diesen Weg unter der Bahn gewählt. In 45 Minuten ungefähr werde ich mich hier durchmachen. Hin und zurück, hin und zurück. Und dann habe ich mein Pensum für heute getan. Ich melde mich gleich. Das Gute ist noch, hier ist Regen geschwitzt, da draußen regnet es ein bisschen. Ich bin hier schon 20 Minuten unterwegs. Wir laufen hier immer hin und her. Ist okay. Ist nicht die schönste Laufstrecke, die ich jemals gemacht habe, aber mittel zum Zweck. Ich will das ungefähr 50 Minuten machen. Jetzt 50 Minuten machen. Das ist der Plan. Ich bin nun schon gut 30 Minuten hier unter der Bahn unterwegs in Berlin, Prenzlauer Berg, und die 50 mache ich auf jeden Fall voll. Aber gar nicht so einfach. Die ist so laut, ey. Fuck, ist das laut. Das ist knapp normal, dass wir hier über die Straße kommen, und dann wieder unter der Bahn weiterlaufen. 50 Minuten. Ich bin soeben unter der Station Eberswalder Straße durchgelaufen. Dahinten ist wahrscheinlich das Ende, nehme ich mal an, von diesem Weg. Und dann drehe ich rum und mache mich wieder zurück. Ach. Wirklich kein schöner Ort zum Laufen. Aber egal. Sport muss mal sein. Heute muss es sein. Richtig, wichtig. Ja, wieder auf dem Rückweg Eberswalder Straße war das gerade die U-Bahn-Station. Da bin ich jetzt hin und her gelaufen und laufe wieder die Bahn entlang. Ich habe jetzt fast 40 Minuten voll. Fast 40 Minuten bedeutet noch 10. Das ist noch ein bisschen. Ein bisschen Arbeit. Und dann zum Auto und ab ins Hotel. Das war Berlin. Prenzlauer Berg. Unter der Bahnunterführung durchgelaufen. 50 Minuten reicht. War nicht schön. Es gab schönere Orte, die ich schon gelaufen bin. Aber macht nichts. Wer Sport machen will, macht Sport. Da ist es egal, an welchem Ort. Reimt sich sogar. Ich sage Cheerio mit Sophie. Bis zum nächsten Sportvlog. Ich freue mich drauf. Und dann gucken wir mal, wo ich dann rumtiger. Bis dann.